Einer macht vor, der andere macht mit. Ein bisschen früh, mein Freund und Bogen, pie 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 pie. Ich möchte nur gerne ein Riesenwissen, großes fucking Shitmanöver hier. Ich bin viel zu müde, um mich aufzuregen. Ich bin viel zu müde, um mich aufzuregen. Ich bin viel zu müde, um mich aufzuregen. Ich bin viel zu müde, um die SPD mit einzuregen. Weißt du, da steht, so wie das Ding auf rot gesprungen ist, um anschließend sofort wieder auf grün zu gehen und dann da den Blitz dahinter zu stellen. Das ist doch, also das ist doch wohl reizte Abzocke oder was? Oder ist das auch so eine scheiß Bremsabbel? Bin ich zu schnell gefahren oder was? War da 50 und ich hab's nicht gewerkt. Weißt du, sowas ist ja wohl ein Witz oder was? Oh komm, schalt mal schnell auf rot. Als wenn irgendwelche Arschlöcher da an der Kreuzung stehen würden am Schaltkasten und hier, da kommt einer, jetzt schnell rot, zack. Und dann freuen sie sich, wenn einer sagt, ach, da zieh ich noch grad durch und platsch. Ist doch scheiß. Autobahn, Autobahn, Autobahn. Eigentlich traurig, wie dieses Autobahn hier sich so in die Landschaft reindrückt, ne? Eigentlich ist es ja traurig. A73. Kann man schon sehen, ja. Der Typ fällt schon Ewigkeiten neben mir her. Ewigkeiten. Aber ich hab, er hat hinter sich, soweit ich zählen kann, eins, zwei, drei, vier Lkw auf der linken Seite. Also, ja, vier Stück, dann fangen jede Menge PKW an. Und ich habe hier auch noch einige hinter mir. Bremsen werde ich nicht. Das mache ich nicht. Jetzt laufe ich hier auf diesen Dingens auf. Jetzt muss ich mal bremsen. Jetzt kann er endlich mal vorbeifahren. Also, er fährt Kilometer weit hinter mir her. Ehrlich. Und ich werde jetzt ausgebremst, in Anführungszeichen. Ich hätte sowieso nicht überholt. Ich habe Zeit. Aber trotzdem. Also, er war mit Ausdauer dabei. Also, kann man nicht anders sagen. Was hier anfängt, bringt er auch zu Ende. Ehrlich. Scheiße. Jetzt sind die anderen alle froh, dass sie gleich mal überholen dürfen. Mann, Mann, Mann. Ehrlich. Der winkt doch auch Feuerwehrautos hinterher. Scheiße. Man sollte ja eigentlich meinen, dass so eine Pflastersteine stabil sind. Aber, die arbeiten sich dann doch die Stützbeine, sacht und sicher, in die Steine. Und wir gucken mal vorne. Das ist eine Hausnummer. Das ist echt eine Hausnummer. Und wie man sieht, sind das nicht mehr die ersten Steine. So steht der Tropfen, höhlt den Stein. An dem Spruch ist was dran. Was ist denn das hier? Jetzt mal im Ernst. Ganz großer Sport. Ehrlich. Ganz, ganz großer Sport. Oh Gott. Meine Fresse. Muss man denn bis in die Gegenfahrbahn der Gegenfahrbahn noch rein, rein, rein. Also rein. Oh. Oh, ein Dreh. Guck, Heinz. Guck. Oh. Oh. Ja, dreh mal ruhig wieder um, du. Was hast du hier verloren? Nichts. Nichts hast du hier verloren. Oh, da hast du kein Geweih. Hast dein Geweih verloren. Du Lump, du Elender. Ja. Ich hab schon Angst, das läuft jetzt hier auf die Schnellstraße. Oh. Alter, 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 der dreht auf der Stelle. Da haben wir's. Habt ihr das gesehen? Alter. Du kannst mit so'n Ding auf der Stelle drehen, aber mach das mal voll, dann fliegen dir die Reifen weg. Recht. Jetzt komm ich dran. Da kann man ja mal Luft pumpen. Und die Liftaxe hoch. Wie? Ist doch kein Zufall. Haha. Wie auch immer, wie die Straße geflickt hat. Harte Zeichengesetz. Haha. Ist das drauf? Hallo, hallo, hallo. Jetzt wird's aber langsam ulkig mit deinen Schlenkern da, ne? Das muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Noch einer, oder was? Und nach rechts. Jawoll. Brauchst du ein Bett, oder was? Nicht nur Mirko schläft. Er hier auch. Und nach rechts. Und nach rechts. Ach Junge. Hallo, hallo. Oh, ich... Ey, so ehrlich. Mann, warum fährst du so ne Scheiße? Mann, die haben's auf ins Gehirn geschissen. Da war gerade Raststätte. Der musste drauf fahren. Oh, das Handy weglegen, oder was weiß ich. Mann, die haben's auf ins Gehirn geschissen. Da war gerade Raststätte. Der musste drauf fahren. Oh, das Handy weglegen, oder was weiß ich. äh, ne? D Tut da dran. Hat er begriffen? Der Engler die ganze Zeit... Ich dachte, der Blick mal rechts... Dann kann er vorbei... So eh schneller als ich. Mein Gott, ey, guck mal wo du fährst, Mann! Ich fahr rechts, wenn du es nicht besser abschätzen kannst. Ach, bei PKW, der kann doch rüberfahren. Bei den breiten LKW, da kriegt das nicht auf Reisen. BANG! Untertitelung des ZDF, 2020